Das ist Karl. Karl arbeitet für einen Hersteller von Rasenmähern. Er ist in der Endmontage tätig und montiert viele unterschiedliche Teile. Die Materialversorgung der einzelnen Komponenten wird durch ein Kanban-System sichergestellt. Karl beginnt die Montage. Nach einigen Handgriffen bemerkt er, dass er die letzte Schraube aus einem der Sichtlagerkästen im Kanban-Regal genommen hat. Nun ist dieser leer. Wie wird nun die Materialversorgung sichergestellt? Nachdem Karl den leeren Sichtlagerkasten aus dem Regal genommen hat, entdeckt er einen kleinen Aufkleber. Er erinnert sich, dass sein Unternehmen vor kurzem auf ein RFID-System umgerüstet hat. Die Lagerkästen wurden dabei mit RFID-Transpondern von Hellermann-Titan individuell gekennzeichnet. Karl legt den Sichtlagerkasten auf einem dafür vorgesehenen Ablageplatz ab. Im Kanban-Regal rutscht ein neuer Sichtlagerkasten nach und Karl kann ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Karls Kollege Hans hat den leeren Sichtlagerkasten von Karl und noch weitere leere Kästen der Kollegen am Ablageort entdeckt. Hans scannt die RFID-Transponder aller leeren Sichtlagerkästen mit einem Lesegerät von Hellermann-Titan. Dieses überträgt die Artikelnummern der verbrauchten Artikel per Bluetooth an ein einfaches Tabellenkalkulationsprogramm auf seinem Laptop. Auf die Datei des Tabellenkalkulationsprogramms hat auch das zentrale Materiallager des Unternehmens Zugriff. Hans informiert das Lager über die neuen Einträge in der Datei. Das Materiallager erhält so schnell und einfach eine Materialanforderung für die entsprechenden Kanbanregale in der Endmontage. Schnellstmöglich werden diese aufgefüllt, sodass die Montage unterbrechungslos fortgeführt werden kann. Karl und Hans sind begeistert, wie einfach die RFID-Lösungen von Hellermann-Titan sind. Erfahren Sie mehr über das umfassende RFID-Produktsortiment von Hellermann-Titan unter www.hellermann-titan.de-rfid.